Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier mit Manuela Stichnote, der Chefin vom Autohaus Duingen, denn hier wird, wie man gerade sehen kann, alles frisch und neu gemacht. Manuela, was passiert denn hier? Wir gestalten die Ausstellungshalle für die Fahrzeuge neu, nach der Richtlinie von SEAT Deutschland. Den Servicebereich haben wir schon fertiggestellt im letzten Jahr und wir sind jetzt in den Endarbeiten, dass auch die Ausstellungshalle dergleichen herum angepasst ist. Okay, wird wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern wie der Berliner Flughafen vermutlich mal. Wann ist denn ungefähr Ende der Bauzeit? Nein, solange haben wir uns das nicht als Ziel gesetzt. Wir gehen davon aus, dass wir im Januar, also Anfang des Jahres, damit fertig sind. Für alle diejenigen, die es noch nicht wissen oder wieder vergessen haben, wir sind ja hier im Südfeld 2 im Duingenheim-Gewerbegebiet beim Autohaus Duingen und was ist eure Marke? Wir sind SEAT und Cupra Vertragspartner, im Servicebereich, vermarkten aber auch Neuwagen im Auftrag.